youtube youtube so jetzt aber herzlich willkommen zurück zu einer weiteren folge stranded day eine richtig geile spiel ich weiß nicht ich habe so viel spaß damit pass auf ich habe ja gesagt ich habe nicht viele palmen mitkommen es gibt ja nicht so viel es gibt hier echt nicht viel deshalb ziehen wir weiter wir ziehen weiter wir gucken uns ein bisschen um da hinten habe ich eine insel gesehen da würde ich gerne hingucken ich habe jetzt mal ein paar materialien mit weil ich will mir unbedingt jetzt mal einen haken bauen hallo ist nicht ab warte kurz so ich muss noch richtig ansteuern und dann kann ich mit dem licht hier rumstehen so passt da ist die insel wo wir hin wollen oder war das die insel der wir wollen ich weiß nicht keine ahnung da ist ein boot da guck mal hin wenn sie sich habe gespeichert falls ich sterben sollte war das echt diese insel hier aber ich habe keinen plan wo ich hin wollte weil es so finster ist auf jeden fall habe ich jetzt ein paar materialien mit jetzt fehlen nur noch viermal seil damit ich endlich den anker machen kann aber auf der insel war einfach nichts mehr zu holen mit denen ich seile machen könnte ich habe glaube ich hier ein bisschen was drin ja ein seil geht sich aus auch noch mehr brauchen aber viel mehr und hier finde ich sicher wieder ordentlich geile kacke lecker doffel habe ich auch gefunden ich weiß noch nicht wo ich die hindern habe ja da ich habe nicht viel mit zweimal solche dinge und dann noch ein paar bei meppel let her hier also nicht wo da ist die kartoffel drin gewesen da war gar nichts jetzt aber kurz das kann ich ruhig die pro hier oben genau nur ein paar eh wir ziehen dran vorbei was los es ist eh bald wieder heller werden ja es ist bald wieder heller werden ist die frage aber hier schon waren ich finde mein zuhause sicher nie wieder ich wangst dass ich dann irgendwie vom pot pot vom pot klitsch und das wasser mit mir irgendwo ist ein hau haben wir hier schon ich glaube wir waren hier schon es schaut ja immer alles fast gleich aus wenn dann müssen wir in die richtung ist der rote container doch natürlich wir waren hier schon jetzt mal gucken hier ist der rote container ja und hier irgendwo ist glaube ich mein speicherpunkt Wenn es ein bisschen heller wäre, wäre es geiler. Oh ne. Oh ne, echt nicht geil. Ich kann jetzt nicht viel machen. Außer hoffen, dass ich irgendwie zurücktreibe. Ja. Wir sehlen in die Richtung einfach. Irgendwo hier muss man Speicherdings an. Dahinter ist ja noch ne Insel. Aber ich will diese Insel hier. Ich glaube echt, wir waren hier schon. Scheiße, wir gehen da rüber. Von hier sind wir kommen. Wie schön das ausschaut immer. Jetzt geht es hier rüber. Da ist auch noch ein Boot. Ja geil, okay, passt. Passt. Wo habe ich mein Fernglas? Passt. 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 Mal schauen, ob ich irgendwas sehe. Ich bin zu weit weg. Die Watsicht ist nicht so gut. Da, wo sind die Texturen? Gibt es keine. Brauchst du nicht. Ja, jetzt habe ich sie in der Hand. Das ist auch blöd hin. Irgendwo ist ein Haar. Die Musik sagt, Haar ist unterwegs. Ja, da. So ein Segelboden ist einfach prickelnd. Ganz ehrlich. Die Haar können vollfurzen können. Die können gar nichts. Die holen mich ja nicht mal ein. Ich bin ja so froh, dass sie es nicht kaputt machen. Ganz ehrlich jetzt. Aber das wäre ja echt schlimm, wenn die das jetzt auch noch zerstören könnten. Ich glaube, ich sehe hier auch den Speicherpunkt. Oder kann das sein? Oder nicht? Ich hoffe, ich finde Trationen. Ich weiß nicht, ob ich hier schon war. Nein, da oben ist noch die Truhe. Ich war hier noch nicht. Ich war auch ein Schlammgraben. Ich war hier fix noch nicht. Geil. Da, Blech. Schlammgrabe des Todes. Du kriegst mich jetzt aber eh nicht von hier, oder? Scheiße, warte. Ich muss das kurz... Nein, so wollten wir es nicht. Damit das nicht wegtreibt. Oh, hier sind auch wieder Schwimmer. Ja, geil. Ja, geil. Wir erweitern unser Boot. Oh, er hilft mir. Er schiebt mir das hier rüber. Grabe. Komm her. Kack, Grabe du. Bam. Oh, fuck. Ah. No, 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 no. Auch hier hoch, hier hoch, hier. Wenn ich euch mal los bin. Die Kleinkraben, die kann ich umgehen. Mach ich aber auch sehr selten. Weil ich unabsichtlich reinlaube immer. So. Gut, dann haben wir hier eine Pipi-Pflanze. Pipi-Pflanzen sind immer gern gesehen. Geilo. So. Ich nehme mich halt mit. Pipi-Pflanze. Mal gucken. Ich hoffe, hier gibt es keine Schlangen. Oh ja, geil, eine Kartoffel. Ja, supi. Also, das Blech kann ich nicht mehr nehmen. Gut. Dann mal gucken hier. Zack. Ah, ich habe die Kopfstoffe in der Hand. Warte, kurz. So. So. Die Pipi-Pflanze habe ich nicht schon eine mit? Egal, die Pipi-Pflanze tun wir hier hin. Gut, dann so ein Blech. Wie schaut's aus? Gesundheit geht. 15. Tag. Easy-Pin-Easy. So. Lass mal gucken, was hier oben ist. In der Truhe. Das würde mich jetzt mal interessieren. Na komm. Na komm. Muss ich hier doch echt rein, oder was? Ah, scheiße. Ich komme hier nicht hoch. Ich gehe noch einen anderen Weg rein. Hier durchs Loch vielleicht. Nein, anscheinend nicht so. Ah, das wäre sich sogar ausgegangen jetzt. Okay, schwirma. Kann ich jetzt nicht alle zahlen? Oh, Sauerstoff. Warte mal. Na, warte mal. Blech, Dinger. Oh, da. So, jetzt reicht's mir aber langsam. Das wollte ich jetzt. Jetzt hätte ich Platz für dich schwimmen. Okay, cool. Jetzt muss ich hier wieder hoch irgendwie. Gut, bisschen Platz hätten wir noch, damit wir hier reingucken können. Da ist nichts drin. Aha, okay, warte mal. Da ist auch nichts drin. Ja, das war das. Hier siehst du eindeutig, dass ich hier tauchen muss, ne? Dann haben wir da hinten vielleicht noch eine Kiste, die ich gerade nicht nehmen kann. Ich will mal schnell eins heil machen. Ich will das gleich platzieren, nämlich. Eins, zwei, drei, vier. So. Perfekt. Vier Stickies habe ich sogar. Alles easy peen, easy queasy. So, perfekt. Super. Ähm. Da hinten ist bestimmt auch noch eine Kiste für mich. Gar nichts. Fuck. Oh gut, warte, ich brauchste alle. Na, das war's. Was für die Blöte. Oh, scheiße. Ich muss was trinken. Hier gibt's auch so wenig. Kommt, zweimal Kokosnuss trinken ist drin, oder? Ach, scheiße, das wollte ich nicht. Werde ich mich schon nicht ankotzen, hoffentlich. Ich habe ja lange dazwischen, äh, zwischendrin ja nix trunken. Keine Kokosnuss, ne? Ne lange Zeit. Wer ein Saal herankommt, ist echt nicht zu easy auf solchen Inseln. Daher gibt's einfach nix. Keine Jucka-Pflanze. Hallo, Ivera juckt mich eigentlich gar nicht. Was haben wir da hinten? Vielleicht irgendwas. Nope. Käse ist es. Ich habe auch nichts zum Speichern. Und da brauche ich wieder ein Seil und Bäumeblätter. Ah, hier. Aber ein Anker ist normaler auch verdammt wichtig. Oh, hier noch. Fünf. Oh, das ist ja viel zu wenig. Viel zu wenig. Und mir ist auch viel zu heiß. Ich brauche kurz Schatten. Hoch. Äh. Ey, was soll ich? Ich stehe ja schon in den Pflanzen drin. Das müsste genug Schatten geben. Jetzt stecke ich hier fest auch noch. Scheiße. Ich werde hier drauf gehen. Das war zu viel Zeit. Ich hau mich ins Wasser einfach. Oh, der kommt hier eh nicht her, oder? Komm, nimm das. Wir schauen später nach, was da drin ist. Oh, der kommt hier. Oh, der kommt hier. Geck. Oh nein. Was habe ich jetzt getan? So, jetzt muss ich aber wieder. Den, 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 ding, den, 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 den. Den, 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 den. Ich bin voll Lebensmüde, müde, müde. Ach. Da wäre noch Schwimmer gewesen. Gucken wir mal nach, was da drin war. So, wir haben hier Sauerstoff. Okay. Da schlägt ein Klebeband. Immer diese... Ja. Irgendwie nichts, was mir jetzt hilft. Wenn ich ehrlich bin. Ja, das ist jetzt scheiße. Ich finde das gerade richtig kacke. Weil ich auch keine Regale mehr frei habe. Weil die Truhen lasse ich ja ungern liegen. Ich brauche noch einmal... Einmal Holzbretter. Dann kann ich wenigstens drei Truhen mitnehmen. Na, ich brauche noch einmal Holzbretter. Ich brauche jetzt halt noch eine Kokosnuss. Ich hoffe, ich kacke mich jetzt nicht an. Ich habe nämlich nicht gespeichert. Hammer, Sauerstoff. Taschenlampe, Batterie. Diese Teile hier, das ist wichtig. Weiß ich nicht. Keine Ahnung, ob das so wichtig ist. Klebeband. Scheiße, kein Platz mehr. Klebeband ist absolut wichtig, denke ich. Sauerstoff ist auch wichtig. Das ist wichtig. Das wäre, glaube ich, wichtig. Weiß ich nicht. Sauerstoff. Dieses Angeltreck-Kack-Furz-Schiess-mich-tot ist für mich so unnötig. Sauerstoff ist absolut wichtig. Habe ich irgendwas gehabt? Nope. Ja, Sauerstoff. Ich habe auch mal einen rein. Hier kommt... Nein, hier kommt nicht Sauerstoff rein. Hier klatschen wir das hin. Und Klebeband. Sauerstoff. Was habe ich da in der Hand gehabt? So ein Teil. So. Dann nochmal die Taschenlampe und der Hammer. Taschenlampe. Und das hier. Gut. Nochmal die Taschenlampe. Bisschen Stoff. Alles cool. So. Ist hier noch irgendwo was zu tauchen? Ich hätte nämlich echt gern noch ein einziges Holzbrett. Einmal noch Holzbretter mitnehmen und das ist super geil. Könnte ich noch schnell ein Regal basteln. Ist ja kacke, dass ich drei brauche. Noch reichen nichts wahr. Aber hier ist sonst nichts mehr. Hier unten, da war doch auch nichts, oder? Ich komme hier gar nicht ran. Oder warte, hier ist doch ein Loch. Hier komme ich ran. Ich bin drin. Ich bin oben. Nee, ich komme hier gar nicht ran. Boah, ich lasse die Dinge jetzt ungern zurück. Ich lasse die Kisten nicht ungern zurück. Was liegt denn hier? Ach, Stoff. Nochmal Stoff. Es bringt sich gerade eben nicht... Wie viel Platz habe ich denn? Ich kann vier Kisten mitnehmen, ja? Das geht. Eins, zwei, drei, vier. Da ist nichts drin, okay. Es geht ja nicht anders. Was soll ich denn machen? Ich muss einfach welche zurücklassen. Mann, nicht gut, nicht gut, nicht gut. Bis hier hinten noch eine Insel. Jetzt sehe ich es echt scheiße. Jetzt sehe ich gar nichts. Ah, ich glaube, hier ist nichts mehr, oder? Was ist das? Oh nein. Oh nein. Oh nein. Gestrandet. Oh, ich habe so Angst, Alter. Wenn ich es nicht sehe, habe ich Angst. Wenn ich es sehe, juckt es mich nicht irgendwie. So, hier hinten, glaube ich, ist noch eine Insel. Da riechen wir jetzt einfach. Was soll ich denn großartig machen? Müsst du dann schauen, dass ich irgendwie wieder heimkomme, weil Trinken, Essen. Ich habe noch immer keinen Haken gemacht, keinen Anker. Beimann habe ich auch nicht genug mit. Ich weiß ja nicht mal, wo ich wohne. Oh, was heißt das? Das klingt, das klingt aber böse. Da unten ist was im Wasser. Fuck, ich habe Durst. Ich habe aber genug Sachen mit, um mir so Wasser-Auffang-Ding zu craften. Wenn es nicht anders geht, muss ich das hier machen. Dann müssen wir noch trinken. Eine Wasserflasche wäre es. Wäre echt geil. Erleuchtet was, oder? Da ist Licht. Ist das meine Insel? Vielleicht. Da ist doch Licht. Das ist meine Insel. Ich finde immer nach Hause. Oder ist das gar kein Licht? Ist das Mondlicht? Ne, der Mond ist hinter mir. Das kann ich jetzt sein, oder? Vielleicht ist das gar kein... Da ist auch Licht. Da ist kein Licht. Da ist Licht. Ich glaube, ich bin zu Hause. Oder ich war hier schon normal und habe das Licht liegen lassen. Das kann auch sein. Weil ich sehe meine Hütte nicht. Ich glaube nicht, dass das mein Zerhase ist. Oh ja, da ist mein Floß. Hier ist mein Floß. Ich bin daheim. Ja! Schönes Ding! Wir sind zu Hause. Wir werden nicht sterben. So. Endlich zu Hause angekommen. So, parkst du hier. Da, wir wohnen hier. Ja, geil. Also, wir können speichern. Speichern! Super, typer! Oh, fuck! Was machst du hier in mein Zuhause? Verpiss dich! So. Dann haben wir hier was zum Trinken. Das heißt, wir werden auch nicht verdursten. Es gibt aber nicht viel. Aber da ist noch genug was drin. Hier ist nichts drin. Wir haben auch kein Fleisch mehr. Aber was auch. Wir könnten schnell das Regal bauen. Ich muss nur wissen, wo ich die Bretter habe. Eins, das ist wo. Hier ist das dritte dann. Das heißt, wir können dann noch mehr looten gehen. Ich stehe drauf, weil da mit dem Boot irgendwo hin zu segeln. Aber echt komisch, dass ich... Ich habe gedacht, ich bin viel weiter weg von daheim. Aber ich segle einfach immer nur in Gras. Das ist mein Problem. Aber wir haben hier eins. Das heißt, es kommt hier eins hin. Hier. Hier hin. Ja, hier. So. Müssen wir mal gucken, was wir hier überhaupt drin haben. Essen müsste ich dann schnell. Sind die alle leer? Ganz. Da ist nicht. Da ist auch nicht. So. Geilo, geilo. Wir sind zu Hause. Nanananana. Super. Ach so geil. Das ist so herrlich. So, wir holen uns schnell was zum Essen. Da war doch gerade eine Krabbe. Oder schlafen wir eine Runde? Weil eigentlich... Seit Tagen schlafe ich schon nichts mehr. Ex Ohne. So. Neun und mit dem, was ich da hab. Nein, das war hier. So. Ich brauch nämlich vier Saale. Sechs Steine hab ich sogar hier liegen, das passt. Hier hab ich zwei Saale. Ich brauch gar nicht so viele, passt schon. Wir müssen jetzt mal kurz gucken. Hier, sechs Steine noch. Habt ihr was? Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs. Geilo. Ein Anker haben wir auch dann. Hier hin. Ach, so. Fauler geht's nicht. Geilo. 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 Oh, ich muss kurz den Hammer ablegen hier. Das war nur vier. Mehr hab ich nicht gehabt. Okay. So, Steine haben wir wieder genug. So, von denen haben wir auch genug. Obwohl, warte eigentlich brauche ich die. Ja, füll doch wohl hier. Eigentlich müsste ich nicht. Ja, ich mach's trotzdem. Wichtiges Essen. Aber es ist immer zu finster, um Essen zu holen. Ähm. Ja. Ich muss wieder mal Inventar leeren. Gott, das ist immer der Hocken. Kann ich nicht ein anderer für mich machen? Ich wollte sowieso noch was gucken. Warte kurz was hier. Ah, da brauche ich ein Fass. Okay, das kriege ich so schnell nicht. Vier Seile. Ein Webstuhl wäre also auch nur. Sägeblock. Hab ich? Hab ich? Hab ich nicht? Hab ich? Hab ich? Wie komme ich an Leben eigentlich ran? Wie kommt man an Leben ran? Das ist ein Vogelfall. Der wäre es auch, ne? Den Dreck müsste ich mir herstellen. Oh, warte mal. Wellblech habe ich ja zwar. Habe ich locker zwar. Schnell mal die Ding. Aber ich habe kein Wasser. No. Okay. Ich habe ja keine Wasserflasche. Und ich brauche verkacktes Lehm für eine Wasserflasche, ne? Ich wollte jetzt die, die... Wie heißt die jetzt da? Die Kartoffelpflanze... Nein, ich brauche kein Lehm für eine Wasserflasche. Ich habe... Was habe ich? Gerbgestell brauche ich. Gerbgestell... Ist, glaube ich, hier... Ist, glaube ich, hier... Viermal Saal und viermal Stock. Kriege ich easy hin. Wir machen die abgestell schnell. Eins... Das geht so schnell weg. Ich habe überall Müll liegen. Mein Zuhause ist eine Müllhalde. Dann kann ich die Dinger einpflanzen, nämlich. Habe ich es jetzt genommen? So. Gut. Viermal Stock war das, gell? Eins, zwei, drei, vier. Und... Das ist ein Webstuhl. Da ist es. Super, super... Warte, lass du mal mal da hin. Dann wird es überhaupt nicht besser ausschauen. So, und jetzt kann ich ja... Was brauche ich für die Wasserflasche? Zweimal Leder, ein Stock. Easy. Leder habe ich hier drin. So, jetzt muss ich da dran stehen, gell? Handwerk, Verbrauchsgegenstände. So, und jetzt könnte ich ja ran, theoretisch. Zwei Portionen sind drin. Aber wir wollen ja mehr. Okay, drei Portionen ist Maximum. Gut. Dann brauche ich dich. Ob ich meine Potato... Ich nehme nur eine mit. Perfekt. Die kann jetzt schön wachsen. Puh, gleich mal speichern. Gut, brauchst du noch Palmenblätter? Ja. Schön für dich, ja, keiner. Einmal. Da ist nix drin. Oh, no. Ja gut, momentan habe ich, glaube ich, alles noch, was ich will. Essen noch. Essen muss ich noch. Vier. Gehen wir mal schlafen. Dann kannst du in der Nacht schlafen. Ja gut, es ist vier. Ich kann nicht mehr pennen. Ja, wenn es hell genug ist, holen wir uns ein paar Fische. Was brauche ich noch? Nix. Inventailer machen. Ich weiß noch nicht, wie ich an Lehm rankomme. Das würde mich voll interessieren. Jetzt. Brauchen wir einen Weibstuhl für Stoff. Sägeblock. Moment mal. Sägeblock. Brauche ich einen Hammer. Das habe ich. Das habe ich. Seil kriege ich hin. Hammer und Axt habe ich. Hammer. Das kostet mich der Hammer. Einmal Seil, einmal Stock. Egal, dann kriege ich einen Sägeblock hin. Einmal Seil. Einmal Stock. Und zwar Steine. Und wir haben einen Hammer. Gut. Und dann. Jetzt ist das wieder. Handwerk. Dann Sägeblock. Vier Stück. Einmal so ein Ding. Fetten Ding habe ich. Ein Ding. Ne. Ne. Verfeinerte Axt brauche ich. Oh Gott. Was brauche ich für die verfeinerte Axt jetzt da? Einmal Leder. Scheiße. Ich wollte hier mein ganzes Leder. Ich glaube aber nur, das ist das Werkzeug, um das herzustellen, oder? Das verschwindet dann nicht. Hoffe ich. Hä? Wo ist mein Leder? Da ist nichts drin. Da kann nichts drin sein. Da ist alles neu. Oh ja, wartet. Ich brauche ich eh gleich. Hä? Wo habe ich mein Leder? Hier. Da ist noch kein Platz mehr. Gut. Okay. Gut, geil. Speichern wir mal kurz ab. Wir müssen dann unbedingt fischen gehen und Fleisch machen. Und ich muss wieder Steine holen gehen. Gut, jetzt aber... Säge. Hier stecke ich ja nicht. Ein Seil. Seil kriege ich jetzt hier nicht raus. Ich weiß, die Zeit vergeht immer so schnell bei dem Spiel. Was hat der noch genug? Gut. So, was auch. Wir machen das. Oh, das ist was komplett anderes. Da habe ich mich vergriffen. Hier, das wollte ich. Kriege ich wenigstens Regale hin, ne? Aber wie dreht man die Geschichte? Das weiß ich nicht. Ohne, dass ich mich drehen muss. Die Achse ist echt weg. Der Hammer ist auch weg. Die steckt da drin. Verdammte Scheiße. Jetzt kriege ich lebendlich. Pass auf. Jetzt kriegen wir lebendlich. War das hier? Nein. War das... Das war Werkzeug. Das war hier, glaube ich, oder? Wo waren das? Warum? Nein. Transport Farming. Verbrauchsgegenstände. Schiene. Handwerk. Wo waren das? Das kann doch nicht hier gewesen sein, oder? Oh, ihr könnt hier gewesen sein. Hier. Brauche ich nur so ein Holz, dann kriege ich so ein Ding hin. Haha. Das heißt, ich kriege noch ein Regal hin. Aber als erster, was haben wir gesagt? Fische holen. Aber große Fische. schöne Fische. Nicht so kleine Sardinen. Da werde ich ja nicht satt von. Hier. Den zum Beispiel. Glanzfische gehen nicht. Ich? Du schaust gut aus. Du gehst auch nicht. Oh fuck, was war das? Also von denen würde ich satt werden. Ah, ich glaube, hier kommt. Oh. Oh, da ist er. Er ist ganz nah. Aufpassen. Ich habe nur zwei. Andere Seite. Passt schon. Ich bin jemand réalité. Und er害 mir ist er, Ja. Aber die Drehung. Und er geht irgendwann mal bei mir. Und er geht auch. Ich komm einfach mal bei mir. Und er geht. Ich komme mit ihm. Ich kann mich sogar das machen. Und da sind mich familiär. Nein, ich will keine Sardine. Ja gut, ich bin ja jetzt safe. Passt schon. Ich glaube, ich habe schon mal was trinken. Müsste eh schon wieder voll sein, die Dinger, ne? Besser habe ich eh an Hängen. Boah, ist das gar nicht. Gibt es auch ein bisschen Flüssigkeit? Da sind wir echt voll von damit. Feuer ist ja noch genug drin. So, das brusselt jetzt mal schön. Ja, wie soll ich denn hier kein Wasser trinken? Da unten sind doch Bäumenblätter. Erzähl mir nichts. Das war einfach nur ein Fehler, ein Grafikfehler. Schwanikorny. Ah, gut. Gut. Du hast noch genug Wasser. Ja, wird schön groß, Baby. So. Perfekt. Jetzt können wir abspeichern hier. Ey, Baby. Es wird langsam, hm? Ich komme da schon schön rein. Also, kriege ich schon hin jetzt langsam. Ey, jetzt ist es wieder eine Stunde. YouTube. Wir machen in der nächsten Folge weiter. Unglaublich, oder? Wie schnell die Zeit vergeht bei dem Zocken. Es ist schon Viertel 1. Ich habe noch nichts geleistet heute, außer gezockt. Das ist Tragödie. Ne, YouTube. Wir machen in der nächsten Folge weiter. Ich bedanke mich recht herzlich fürs Zusehen. Ich will nur kurz gucken. Irgendwo müsste hier noch ein bisschen Holz liegen. Oder nicht? Ein Holzstamm müsste hier noch liegen. Hier. Da wird man ein paar Bretter machen. Weil noch so ein Regal wäre geil. Weil habe ich hier noch ein Holzbrett? Warte ganz kurz. Jetzt will ich kurz gucken. Da ist leer. Warte mal. Hier ist nichts drin. Es müsste doch noch irgendwo... Ich müsste doch noch irgendwo ein Holzbrett haben, oder? Oh, jetzt wird es aber kritisch. Es nimmt Wasser. Scheiße. Nun gut, YouTube. Ich muss schauen, dass ich noch eine Axt mache und... Ich will noch ein Holzbrett checken. Irgendwo. Ja. War noch eine Axt. Ich will noch ein Holzbrett. Oh, das könnte man zum Beispiel mitwohnen. Gut, wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Ich bedanke mich recht herzlich fürs Zusehen. Ich hoffe, ich konnte sich einigermaßen unterhalten. Macht's das gut. Haut rein. Und immer brav sein. Tschüssi. Ich etwasise. Tschüssi. Tschüssi. Vielen Dank.